Herzlich Willkommen in Sprungraum Hamburg. Wir freuen uns riesig, endlich wieder für euch da zu sein. Und ich lade euch jetzt ein auf einen kleinen Rundgang mit mir durch die Halle, um euch unser Sicherheitskonzept näher zu bringen. Oh, my darkest memories, not let me fall back, mmm, but you'll be there. So, ich hoffe, der kleine Rundgang hat euch gefallen und wir freuen uns riesig, euch bald im Sprungraum begrüßen zu dürfen. So, ich hoffe, der kleine Rundgang hat euch gefallen. So, ich hoffe, der kleine Rundgang hat euch gefallen.